Hallo Leute, das ist ein Video, das ist Freeway2k, YouTuber, Tycoon. Los geht's. Was ist das? Egal. Lieben wir mal. Was ist das nochmal? Fuck. Ah, hat's geklappt. Ja, Mann. Ja, Mann. Tschüss. Ah, dich tauscht. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Butter. Kann ich die Stirn? Just insane. Ich werd dich abziehen. Dennis-Wort? Oh, leil. Oh, leil. Bei ihm. Ein Dennis. Damit kill ich den da. Ich finde, man könnte die mit den anderen Spinnern abziehen. Nein. Sorry. Ich hab' den Hühner Scherzi. Mann, jetzt ist auch mein Schwertwerk. Inseln gehen. Ganz aber vergasst du mich abgezogen. Jetzt kommt die Rappe. 500. Das sieht echt knapp aus. Kann niemand kommen. Nein. Ja. Inseln gehen. Was los? Ich bin mit dem Schläger. Ich bin mit dem Schläger. Ich bin mit dem Schläger. Es ist ein L-Dock. Was soll ich ihn beruhig? Ah, es ist ein L-Docker. Ich bin mit Schläger. Es ist ein L-Docker. Den Tidem, Junge, Dennis Daly, Dennis Daly, Moin Werner, Dennis Daly, Katz! Ha, ich hab eine Ecke bekommen. Ist das PewDiePie? Warum Ninja? Ninja! Ich bin auf Ninja, haha. Ach, die gibt es denn echt? Poke? Kenn ich nicht. Jaxer, Deppi, Zika? Kenn ich auch nicht. Da-ba-di-da-ba-da! Haha! Haha! Are you fucking serious? Ja. Is it the Jane? Jerry B. and that's something. Was? Das ist aber Mode-Kaiser schon auf 3 Euro, ha? Oh, der mordert uns. Ja, ja. Komm, ich hab. Ich hab ihn tot. Okay, gewonnen. So, ich lebe nur noch hier. Oh, das bringt mir so. Guh, Guhltufer. 1.400. Ja, Luide, dann schnapp ich mir mal mein Shirt. Dann mach ich so wie Double Pump. He-he-he. He-he. 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 Klai 10 Minuten für ein free batch. Voodoo Maya. Wo ist das batch? He-he. He-he. Boah, dein Kasser, den ist voll brutal. Was für Zucht die da? Das ist doch nicht mehr feierlich. Toller los. Wo bin ich? Ach hier. Ja, boah, der ist ja schon ganz so krall. Schön. Ich habe nur gegen Voodoo Meier keine Chance, wegen der Kasser die. Oh, das ist ein Motorrad. Der hat gar keine Fähigkeiten. Oh ja, oha. Das wird just insane. Ciao, ciao. Hey, jetzt. Ne, warte. Junge, der springt ja 10 Kilometer. Der macht nur Spaß, der macht nur Spaß, der will nicht, Akari. Der will, der will Gangplank. Da unten bin ich fertig, dann cruise ich noch mal bisschen mit meinem Mobile-Bike rum. Guck mal was ich mache. Machen wir einmal so, so. Oh, schon wieder ganzes Geld. Geld ausgegeben, ich bin nix. Da wird die, da wird da. Schade ist, muss ich dich auch abziehen. Demutz, demutz, zieht euch euer ganzes Mana ab, deswegen spiele ich die. Ich bin nix. 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 Es ist ein Kassadüchter. Ich bin in Amerika. Ah, da bin ich wieder. 4.000 irgendwie. Warum kommt ja immer das gleiche? Ah, das kann ich... Das kann ich... Dann ist Motorbike, dann ist Skeetl, dann ist Gravity Coil und dann ist Swart. Swart. Da-ba-di, da-ba-da. Ich schaute immer von Elden. Ich hoffe, wenn die jetzt hier ging, war... Und die. Jetzt habe ich fast alle auf 2. Da-ba-di, da-ba-da. Und war... Stakeball... Ich hab dich auseinandergenommen. ich habe noch kein klingeln gehört man wir haben 4k 7k warum ist der tippe da aber das interessiert mich nicht wenn ich jetzt hier gehen nach hier gehen und dann habe ich kein geld mehr das finde ich so cool dass ich jetzt das nehmen drücker 1 und kühle den wer wer bist du? so lausche beide gekillt gegen apel ey deine wehne ich muss ah fuck ja ey das war knapp ein kasabi ja dann spielen wir mal was anderes dann können wir noch ein spiel spielen was wir bisher noch nie gespielt haben deswegen da 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 ne ich würde das mal sagen das war's dann mit der folge ciao ciao